Ich habe vor der Szene auf jeden Fall Respekt gehabt oder ich war auch aufgeregt, aber ich habe ganz viel mit meinem Kindercoach oder mit meiner Kindercoachin darüber geredet und dann am Set waren auch alle ganz verständlich, dann hat man sich Zeit gelassen und ich kannte den Levi, der den Robin gespielt hat, davor dann eben auch schon relativ gut, weil wir davor schon viel miteinander gedreht haben. Hi. Hi. Was machst du denn hier? Dich besuchen. Und deshalb war das dann nicht schlimm.